Hallo, guten Morgen. Ich bin Jason Smith und ich freue mich heute Morgen predigen zu dürfen. Vielleicht kennst du mich noch nicht und deswegen ein bisschen über mein Selbst. Ich komme ursprünglich aus den USA, vielleicht hast du das in meinem Akzent bemerkt, nämlich Kalifornien. Ich komme aus Kalifornien. Ich bin 2011 nach Europa gezogen. Ich bin verheiratet mit meiner schönen Frau Maria Christine. Vielleicht hast du sie auch gesehen. Wir haben zwei kleine Kinder, Gabriel Alexander und Elsina Sophie. Die beiden sind in Deutschland geboren, in Duisburg. Wir haben in Duisburg gewohnt. Wir haben auch ein paar Jahre in England gewohnt. In Duisburg habe ich auch die Bibelschule in der Christensgemeinde Duisburg Co gegründet. Das waren sehr, sehr schöne vier Jahre. Dann haben wir uns entschieden. Wir wollten ein bisschen näher an der Familie meiner Frau sein in Lübeck. Und dann sind wir wieder hierher gezogen. Und jetzt sind wir in Eutin und ich freue mich, dass ich hier ein bisschen Input geben kann. Und zwar, ich habe eine große Haltung für etwas, so eine Vision. Und meine Vision ist folgendes. Menschen sind frei, ohne Einschränkungen und sie sind kraftvoll, das Leben zu gestalten. Und darum geht mein Leben. Alles, was ich mache, ob es in meiner Arbeit ist, in meiner Familie ist, in der Gemeinde, unter Freunden, egal wo es ist. Darum geht mein Leben. Ich möchte es, dass die Leute wirklich von allen Einschränkungen frei sind und dass sie wirklich kraftvoll sind. Sie haben einen Platz zu stehen, wo sie kraftvoll sind. Egal, welche Situation kommt, sind sie kraftvoll und sie können ihr eigenes Leben wirklich gestalten. Genau, und ich habe mich über die letzte Zeit ein bisschen beschäftigt, warum passieren Wunder nicht? Was steht im Weg von immer wieder passierenden Wunder? Und ich muss auch sagen, weil gerade es läuft durch meinen Kopf, mein Deutsch ist nicht so perfekt. So, das musst du vielleicht ein bisschen verzeihen, bitte, wenn ich etwas nicht wirklich richtig ausdrücke. Ich glaube, wir können einfach damit umgehen. Aber genau, sowas. Aber warum passieren Wunder nicht? Und es ist ganz interessant, was hier in der Bibel steht. Es steht hier in Markus, Kapitel 6, und ich fange an mit Vers 1. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagogue. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Brüder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwester hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ich finde das so großartig. So, hier ist Jesus. Ich meine, es kann kaum ein Mensch sein. Es kann kaum ein Mensch geben in dem Universum, der kraftvoller ist als Jesus. Und es steht, er konnte keine einzige Tat tun. Und irgendwie sind wir als Menschen die Gelegenheit gegeben, die Kraft Gottes auf Null zu machen. Dass die Kraft Gottes, unsere Wege ist plötzlich unwirksam. Es kann nichts machen. Unsere Wege. Und das dürfen wir hier wirklich begreifen, wie kraftvoll wir als Menschen sind. Du und ich, wir sind so kraftvoll, dass wegen uns, unseren Wegen, können wir sagen, Gott, hier hast du keine Kraft mehr. Ist das nicht kraftvoll? Das ist wirklich etwas, was man zum Nachdenken bringen kann. Und was genau bringt diese Kraft zum Nichts? Warum ist das nicht passiert? Und ja, okay, mit Unglauben. Das ist schon klar. Aber das ist auch noch nicht der Wurzel, sozusagen. Das ist noch nicht, wo es anfängt. Und siehst du, es ist, wie wir als Menschen etwas betrachten im Leben. Wie ich dich betrachte, wie du mich betrachtest. Wie wir etwas betrachten im Leben. Es kommt von irgendwas. Es kommt von Vergangenheit. Alles, was wir im Leben betrachten, kommt aus der Vergangenheit. Und wie du dich selbst, wie du dich siehst, wie du mich siehst, wie du dein Gegenüber, wie du deine Frau, wie du deinen Mann, wie du deine Kinder, wie du deine Arbeit, alles, es kommt aus der Vergangenheit. Und dann sagst du einmal, Jason ist das. Das ist Jason. Meine Frau ist das. Mein Sohn, meine Tochter ist das. Mein Chef bei der Arbeit ist das. Und jetzt ist diese Person plötzlich ein Objekt. Ein Objekt, ein Objekt wirklich gefesselt in, wenn du sagst, er oder sie ist. So, und das macht etwas. Das macht etwas. Ich gebe hier ein Beispiel. In dieser Woche. In dieser Woche, meine Frau, sie schmückt alles für Weihnachten. Und sie hat mich gefragt, ob ich etwas in der Halle nebenan bringen kann. Und es ist zwei Kisten und ich bringe es rüber. Und ja, ich denke, ich bringe das rüber. Oh, meine Frau, sie fragt mich nach etwas. Sie fragt, ob ich etwas machen kann. Und sie erwartet immer, dass es ein Ja ist. Aber wenn ich sie etwas frage oder etwas bitte, dann ist die Erwartung nicht da, dass es ein Ja ist. Sie möchte nur das, was sie möchte. Sie nimmt mich nicht ernst. Und das ist das ganze Meckern, was in mir die ganze Zeit stattgefunden hat. Und dann gehe ich zu ihr und ich sage, okay, hier ist, wie das für mich ist. Du fragst mich etwas und du erwartest, dass ich Ja sage. Das ist einfach die Erwartungsartung. Und dann frage ich dich etwas, aber du nimmst es nicht ernst. Und dann, wir hatten vielleicht einen kleinen Schritt. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Und, weißt du was, das Ganze bestätigt schon, was ich schon über sie weiß. Es bestätigt, hier habe ich eine Beschwerung. Beschwerde, 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 Beschwerde. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Complaint auf Englisch. Etwas läuft für mich nicht so richtig. Dies habe ich. Und dann spreche ich es an und sie nimmt es nicht ernst. Das bestätigt das. Und, lass uns das erst mal ein bisschen gucken. Wir haben etwas, was wir schon über jemanden wissen. Und dann hören wir für etwas. Was kann das überhaupt heißen? Was bedeutet, wir hören für etwas? In dem Moment, dass ich ganz genau weiß, wie meine Frau ist, dann ist mein ganzes Gehirn, es funktioniert, um eine Bestätigung zu sehen. Und deswegen, in dem Moment, dass ich etwas so höre, dass vielleicht das bestätigen kann, ist das plötzlich eine Bestätigung. Plötzlich. Und dann weiß ich Bescheid genau, wie meine Frau ist. So, das war Samstag, glaube ich. Und dann ein paar Tage später, versuche ich irgendwie, das in mir zu lösen, dass es mich nicht steuert in meinem Leben, bla, 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 bla. Und es funktioniert gar nicht. Und ich bemerke hier, ich habe jetzt etwas, was ich schon über meine Frau weiß. Genau wie diese Leute. Ist das nicht derjenige? Ist das nicht diese Person, diese Person? Wie kann das überhaupt passieren? Sie wissen schon über Jesus schon. Etwas über Jesus. Sie wissen das schon. Ich weiß schon, wie meine Frau ist. Und dann habe ich das einfach abgegeben. Und dann komme ich zu ihr und wir sitzen am Esstisch in der Küche. Donnerstagmorgen. Und während des Gesprächs gebe ich das einfach ab. Und dann haben wir echt ein tiefes und schönes Gespräch gehabt. Wo ich mich mitteile, sie teilt sich mit, wir kommen zusammen. Und es war so ein schönes Gespräch. Volle Intimität. Volle Offenheit. Volle Ehrlichkeit. Und was in uns wirklich passiert. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was? Für mich ist es so, ich habe dich so betrachtet, als du, du möchtest mich nicht ernst nehmen. Und wo ist die Realität denn das? Es ist nicht da. Sie möchte mich ernst nehmen. Aber was ich entdeckt habe, ist, wenn ich diese Gedanken in das Gespräch mitbringe, was ich schon über sie weiß, dann spreche ich dementsprechend. Sage ich Worte und diese Worte kommen nicht so schön rüber. Und dann ist es voll logisch, ist selbstverständlich, dass sie dann in dem Moment aufhört, mich zuzuhören. Das ist klar. Und ich sehe dann das weiter als eine Bestätigung. Guck mal, du hörst auf, mich zuzuhören. Das ist die Bestätigung, du möchtest mich nicht zuhören. Aber wer hat das verursacht? Wer hat das verursacht? Nicht sie. Ich. Ich habe das verursacht. Und dann, alles was ich machen muss, ist das loslassen. Auf der Seite liegen. Und dann haben wir wirklich ein Wunder in unserer Kommunikation. Wir haben so ein tiefes Gespräch, was sonst nie geschehen würde. Und das ist ein Wunder. Und ich stehe dafür ein, dass du viele Christmas Miracles in der Adventszeit erlebst. Und es ist ja schön, diese Heilungen zu erleben. Dass wir einfach unsere Hände auf Menschen hinlegen und die Leute sind geheilt. Und das möchte ich noch mehr, noch mehr, noch mehr erleben. Wir möchten noch mehr von Gott hören für Menschen und etwas sagen, was so tief schön ist. Und, 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 und. Und, das möchten wir. Aber ich glaube, was uns wirklich beschäftigt, was für uns wirklich wichtig ist, ist, wir möchten Verbindung mit Menschen. Wir möchten zugehört werden und wir möchten anderen Menschen wirklich zuhören. Wir möchten zusammen sein. Wir möchten verbunden sein. Wir möchten in Liebe sein. Wir möchten geliebt werden. Wir möchten geliebt sein. Ich glaube, das ist was, ich glaube, das ist, wofür unser Herz wirklich schlägt. Und du kannst wirklich ein Christmas Miracle, Weihnachtswunder in dieser Adventszeit erleben. Meine Einladung für dich ist folgendes. Du hast bestimmt ein oder zwei oder ein oder zweihundert Leute in deinem Leben. Wo du sagst, ich bin nicht so mit diesem Mensch verbunden, wie ich es gerne hätte. Vielleicht jemand in deiner Familie, vielleicht jemand in deiner Familie, vielleicht ein alter Freund oder etwas. Das ist in deinem Leben. Ich muss nicht Prophetisch sein. Ich weiß, es ist so. Und guck, was weiß ich schon über diesen Mensch. Was weiß ich, wie diese Person ist. Genau wie ich das mit meiner Frau gemacht habe. Sie ist so eine Person, die mich nicht ernst nimmt. Was an sich so Quatsch ist, oder? Sonst hätte sie mich nicht geheiratet. Das ist Wahnsinn. Aber das ist einfach, wie wir als Menschen funktionieren. Wir denken so ein Quatsch. Es ist nicht schlecht. Es ist einfach so. So, guck einfach, was weißt du schon über diese Person. Und dann, guck mal, woher das kommt. Es kommt aus einer Vergangenheit. Und es ist einfach eine Betrachtung, das du selber gemacht hast. Und es entspricht nicht der Realität. So, das einfach beiseite legen. Und dann diese Person anrufen. Vielleicht schon jetzt. Ruf diese Person an. Oder wenn diese Person einfach neben dir sitzt, jetzt gerade. Sprich mit dieser Person. Und sag, hey, weißt du was? Ich habe es immer so gemacht. Ich habe gedacht, ich habe das Gespräch über dich in meinem Kopf, dass du mich nicht ernst nimmst. Oder dass du mich nicht liebst. Oder dass du X, Y, Z, was auch immer es für dich ist. Und dann sage ich einfach, weißt du was? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was in dir läuft. Weil keiner von uns weiß. Keiner von uns weiß, was in der anderen Person ist. Und keiner von uns weiß, wer die andere Person ist. Und sprich einfach, okay? Ich habe dich so gedacht. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du denkst. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und ich entschuldige mich, dass ich dich so betrachtet habe. Und was ich hier wirklich mit dir möchte, ist... Was auch immer du wirklich möchtest. Aber vielleicht ist es, was ich hier wirklich möchte, ist Verbindung mit dir. Und deswegen gebe ich dieses Gespräch ab, damit ich mit dir wirklich verbunden sein kann. Weil bisher steht das einfach im Weg. Und ich möchte mit dir verbunden sein. Und dann lass den anderen einfach sprechen. Und wenn derjenige spricht, sitzt einfach da und zuhört. Diese Person wird sagen, was diese Person sagt. Diese Person wird nicht sagen, was diese Person nicht sagt. Es ist einfach so. Und du kannst mit allem sein. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass diese Person etwas sagen würde, was dir bestätigen wird, was du schon über diese Person weißt. Aber lass das nicht im Weg kommen. Das einfach beiseite legen und zuhören. Und dann bestätigen das, was diese Person sagt. Und guck einfach mal, was für ein Wunder du hier erleben wirst. Das wird ein Wunder. Und sieh wirklich in Betracht, dass du keine Ahnung hast, wer diese Person ist. Ein kleines Beispiel. Meine Kinder. Mein Sohn. Gestern mochte er Broccoli. Heute mag er Broccoli gar nicht. Aber gestern, du hast so viel Broccoli gegessen. Wir hatten nicht genug. Heute sagst du, du magst kein Broccoli. Wie kann das sein? Und der Punkt ist, er sagt, heute mag er kein Broccoli. Wie kann ich das wissen, ob es ihm heute schmeckt oder nicht? Er sagt das. Und heute ist er nicht dasselbe Person als gestern. Und gestern ist sowieso weg. Ich darf heute meinen Sohn neu entdecken, für wer er heute ist. Wir kommen hier zurück zu dieser Bibelstelle. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen ihm durch seine Hände? Heute ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Nein, er ist das nicht mehr. Das ist der Vergangenheit. Die Zeit ist weg. Er ist der Zimmermann nicht mehr. Nein. Heute ist er Jesus heute. Marias Sohn und der Brüder des Jakobs und Joses und Judas und Simon und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns. Was hat das mit etwas zu tun, dass seine Schwestern da sind? Aber wir machen diese Verbindungen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Punkt ist, wer ist Jesus heute? Wer ist dein Gegenüber heute? Wer bist du heute? Weil das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und alles, was war, war. Alles, was ist, ist. So zieh einfach mal in Betrag. Du hast keine Ahnung, wer derjenige ist. Und zieh einfach mal in Betrag, dass du etwas erfunden in dir hast. Wer diese Person ist und wie diese Person ist. Und das kannst du einfach abgeben und authentisch sein und sagen und dann versprochen, du wirst Wunder erleben. Jetzt bete ich, Vater Gott, danke, 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 Heiliger Geist, für heute, danke für diesen Moment, diese Adventszeit, jetzt. Und das heißt, dass wir komplett frei von Vergangenheit sind und Vergangenheit ist sowieso weg. Und dass wir wirklich mit demjenigen vor uns verbunden sein können. Und dass wir merken können, was in uns passiert und deswegen im Weg steht, diese Verbindung zu haben, was wir wirklich möchten. Lass uns das wirklich schnell erkennen und beiseite legen und dann wieder in Verbindung sein mit denjenigen, mit dem wir wirklich verbunden sein möchten. Dass wir in dieser Zeit großartige Wunden erleben können. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Geschichte von dieser Zeit zu hören. Hab einen schönen Sonntag. Hab einen schönen Sonntag. wars. ce